...dass Toleranz Grenzen hat. Und zwar ziemlich früh sogar Grenzen hat. Das größte Konzept ist die Menschheit, die hier erfunden hat. Toleranz. MS Rescue. Ja, ihr könnt nicht verlieren. Hinterfragst du das so? Du hast mal ein D mit ihr gespielt. Ja, und ich weiß, wie es ist, sie als Bock zu haben. Wir hatten nicht zufällig immer vier davon. Ja, ich weiß, was sie tun hat. Wir halten Flag und schauen, was sie tun. Wir sollten wahrscheinlich ein paar Flags machen. Wir können die Frontdreer starten und versuchen sie zu senden in Elie. Okay, so können wir die Seconden Flag auf Flagger? Wir können das auf Frontline. Ich denke, Shisha, du hast ein Trollen. Ich denke, du solltest die Seconden Flag. Ich denke, du solltest die Seconden Flag. Ich denke, ich kann die Seconden Flag. 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 Aber wir können nicht die... Wir werden die Seconden Flag. Wir werden nur zwei Monks auf den Stand. Wenn sie eine Double-Land-Spaque spielen, dann haben sie eine 5-Dimage. Sie bekommen einen Nekro, irgendwas... ...und Elie. Sie gehen auf Monk-Rand. Sie nehmen die Mesmer ein bisschen? Ich bin schämt. Sie sind die Monk-Rand. Sie haben die Mesmer, die hat weniger Block-Reliance. Ich habe die E-Land. Was hat der Krieger-Nekro für einen Skill? Ich habe die E-Land. Ein Randing-Touch oder so, oder? We can do this! We can do this! Out and die. Der hat einen... Wie heißt der Typ? Ich habe den Kopf aufgemacht. Schalte mich. 3, 2, 1. 3, 2. 3, 2. Oh, sorry. Tut das nicht. Ok. Er hat sich jetzt war. 3, 2, 1 Not in it Can someone push up? Can someone come back grab the flag off me? So I can push rental 3, 2, 1 You should come kill Land Land Alright, I'll do that Land Land Can you run the other three? Okay They're running on a break Okay, invoke I have now draw for blind Shame, shame, shame Blind Target 3 No, I can't Division 3, 2, 1 Can I get there? No, I can't get there Jan just sits on me Killing invoke 3, 2, 1 3, 2, 1 Are they running flag again or are they just staying there? Yeah, they're running on 8 now We can kill them now We can kill them now No, 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 just stay here Shisha I got them, got them 3, 2, 1 Okay, as long as they're capped As long as they don't die here If I can cap the flag, it's all good Back Here we go Yes Alright, they're fucking dead now Let's just kill them Come on These guys will die 3, 2, 1 3, 2, 1 No I think we can run on 8 now No, let's just kill them They can't use up like anyone Got him Oh, it's you He left a shot I shot the worst Yeah, they're so fucking low 3, land 2 They have to stack on an alley I'm off to him Lightning surge 6 3, 2, 1 It's alright, we can just light him, it doesn't matter Who cares? 3, 2 Just fucking kill them The shim? Yeah, it doesn't matter Okay, let's go We don't need to even follow him Like If he pushes nice, he's dead 3, 2, 1 Pro shot on He didn't go south on 7 Division Are she divided? I'm on the ground, watch for me 3 2 1 Yep, they're dead now Like they're so dead Oh, the runner is here 3 4 1 1 They're running around an alley I think Next fight Shooting burst out on 7 Fine Lightning surge on their number 5 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 Oh, I'm blocked! Blind! Oh, wait, it's 3-2 I'm going for now I have damage on me What? Yes! Yes! Watch this, David, he's running somewhere Yeah, I've got him on my side 3 2 1 Go on him! Blind! 2 2 2 2 2 3 That draw is so sick! One knight down! They're watching the other knight! 3 2 1 Oh, deploy! I'm on it next! That was my hinten! Best draw you! 2 Surge 8 1 1 3 2 1 Land! 1 Surge 7 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 Hallo Lolles, Victoria